Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen und dem Reinforcement Learning. Heute geht es um diese wunderschöne Funktion, ich habe sie schon mal vorbereitet, ist ziemlich klein, aber sie braucht ziemlich viel Erklärung. Das ist übrigens kein V hoch Pi, sondern es ist einfach eine Darstellung für dieses V. Dieses V Pi ist die State Value Function, das heißt wie wertvoll ist ein State, also ein Zustand für uns. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie wertvoll ist dieser Zustand hier für mich, was hat der für eine Bedeutung für mich, also wie geil finde ich den sozusagen. Und wie geil finde ich diesen Zustand, den finde ich natürlich mega, wohingegen den hier finde ich echt bescheiden. Genau, also das ist sozusagen die Funktion, die uns das beschreibt. So, jetzt haben wir hier eine Summe von i, also i ist meine Zählvariable, die geht von 0 bis unendlich. Unendlich ist immer schlecht, unendlich lässt sich so schlecht mit rechnen. Vor allem, wenn wir dann irgendwie Gamma hoch unendlich haben, wird es schwierig. Jetzt zu diesem Gamma, deswegen, das Unendliche ist gar nicht so schlimm. Dieses Gamma hier macht einfach folgendes, das ist eine Zahl zwischen 0 inklusive und 1 exklusive. Das bedeutet, wir haben eine Zahl, die echt kleiner als 1 ist und wenn ich eine Zahl habe, die echt kleiner als 1 ist, dann kann ich hier einfach zum Beispiel sagen, 0,9 mal 0,9 gibt 0,81 mal 0,81. Also diese Potenz hier gehe ich gerade durch, weil die wird ja immer höher. Gamma hoch 10 wäre dann 0,9 mal 0,9 und das Ganze 10 mal, das ist was ziemlich Kleines schon. Das heißt, da haben wir 0,0 irgendwas und das Ganze wird irgendwann mal so klein, dass wir es vernachlässigen können. Deswegen ist es ganz wichtig, dass euer Gamma kleiner, echt kleiner als 1 ist und zwischen 0 und exklusive 1 dann eben liegt. Das heißt, irgendwann kommt hier einfach mal fast 0 raus und dann können wir das ignorieren. Deswegen ist die Summe bis unendlich, eigentlich nicht wirklich bis unendlich, sondern nur so lange, bis dieses Gamma dann endlich mal so klein wird, dass wir es ignorieren können. Das Ganze nennt sich Diskontierungsfaktor, müsst ihr euch aber nicht merken. Das gibt mir sozusagen die Sicherheit des Gewinns an. Was bedeutet jetzt das wieder? R ist mein Reward, also mein Gewinn, meine Belohnung. Und wenn ich mir das Ganze jetzt mal hier angucke, zum Beispiel wenn ich euch sage, ich gebe euch heute 1.000 Euro, dann würdet ihr die sofort nehmen. Wenn ich euch aber sage, ich gebe euch in einem Jahr 1.000 Euro, dann würdet ihr sagen, das vergisst ihr eh wieder. Braucht man sich eigentlich nicht darauf verlassen. Und deswegen ist dieser zeitliche Faktor hier, dieses Gamma, je weiter weg es ist, desto unsicherer ist mein Gewinn. Kann ich dem wirklich vertrauen, dass er in einem Jahr mir 1.000 Euro gibt oder hat er sich dann umentschieden, weil er gerade zu dem Zeitpunkt, als er es gesagt hat, besoffen war? Deswegen, dieses Gamma hier ist sozusagen die Unsicherheit meines Gewinns. Wenn man eine sehr glaubwürdige Person zum Beispiel hat, dann kann man sagen, okay, Gamma setze ich jetzt einfach mal auf 0,9. Dann haben wir in einem Jahr noch immer einen nicht vernachlässigbaren Reward. Aber wenn jetzt die Person irgendwie besoffen ist und irgendwie sehr unzuverlässig, dann setze ich halt mein Gamma auf 0,1. Dann gucke ich mir nur die nächsten Gewinne sozusagen an. Wenn ich es auf 0 setze, was passiert denn dann? Naja, Gamma hoch 0, das wäre dann der erste Schritt. Gamma hoch 0, also 0 hoch 0 ist trotzdem 1. Das heißt, ich betrachte trotzdem meinen Reward im nächsten Schritt, aber nur im nächsten Schritt und sonst in keinem. Okay, das heißt, wenn ich jetzt mein Gamma hier nur im nächsten Schritt betrachte, dann gucke ich mir nur die Nachbarzustände an. Sprich, ich gucke mir diesen Zustand hier an. Ich markiere die gerade mal noch, wenn ich das denn machen dürfte, bitte. Den hier gucke ich mir an, andere Farbe, nehmen wir diesmal pink. Und ich gucke mir den Zustand hier oben an und natürlich den hier drüben. Und ich gucke mir noch meinen Zustand selber an, denn wenn ich nach rechts laufe hier, dann bleibe ich einfach in meinem Zustand. Das ist einfach so definiert. Okay, das heißt, ich habe diese vier Zustände, die ich mir angucke und schaue, okay, welcher gibt mir denn jetzt am meisten Reward davon und den nehme ich mir für meine nächste Aktion. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil die geben alle 0 Reward. Das heißt, das ist quasi einfach 25%. Ich würfel, in welchen Zustand ich möchte. Wenn ich jetzt aber mein Gamma ein bisschen größer setze als 0, dann schaue ich mir auch noch die weiteren Zustände an. Sprich, ich schaue mir nicht nur die pinken Zustände an, sondern ich schaue mir auch die Nachbarzustände von meinen pinken Zuständen an. Sprich, die pinken Zustände, weil ich kann ja immer im selben Zustand bleiben, plus deren Nachbarzustände, also diesen minus 100. Der fällt schon mal raus, der ist ganz schlecht. Dann schaue ich mir noch den hier an, wo meine Maus gerade ist. Dann den hier, den hier und den hier. Naja, die sind immer schon mal nicht mehr so geil. Immer noch nicht so, wie wir es gerne hätten. Aber immerhin haben wir schon mal einen ausschließen können. Der hier hat minus 100. Und deswegen sage ich schon mal, okay, nach oben will ich nicht als nächstes, denn nach oben ist ja danach möglich, dass ich in diesen minus 100 Reward gehe. Das ist schon mal nicht das, was wir wollen. Das heißt, wir laufen in die falsche Richtung. Also wählen wir schon mal nicht den nach oben. Die anderen sind besser. Okay? Das heißt, ich gucke mir, statt dass ich mir nur einen Zustand angucke, schon mal die nächsten zwei Zustände jeweils an. Und dann wird natürlich mein Suchraum immer ziemlich, ziemlich groß und das sehr, sehr schnell. Vor allem, wenn ich irgendwie mehrere Möglichkeiten habe. Es kann ja sein, dass ich auch noch in mehr als nur vier Zustände kann, sondern auch in 100 Zustände oder sowas. Aber wir belassen es mal bei dieser zweidimensionalen Ansicht. Das macht es alles einfacher. Und wenn jetzt mein Gamma groß genug ist, dann schaue ich mir irgendwann auch mal diesen Zustand hier hinten, diesen plus 100 Zustand an. Und dann sage ich, okay, alle Zustände, die mich zu diesem plus 100 Zustand bringen, und zwar möglichst schnell, das sind die Zustände, die ich gerne haben möchte. So. Das ist jetzt sehr ineffizient, wie ich euch das gerade gesagt habe. Also das wäre tatsächlich auch schon der ganze Algorithmus. Aber das ist sehr, sehr ineffizient, einfach hier das Maximum rauszusuchen, weil dann habe ich irgendwann wirklich mal jeden einzelnen Pfad sozusagen berechnet, den ich zu jedem anderen Feld habe. Und suche mir einfach den Pfad raus, der mir die meiste Belohnung am Ende verspricht. Das ist sehr ineffizient. Deswegen gibt es das sogenannte Q-Learning. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir machen das tatsächlich schon nächstes Mal, wenn ich mich nicht täusche. Ja, machen wir nächstes Mal schon. Das heißt, wir werden nächstes Mal uns angucken, wie wir das Ganze ein bisschen fixer machen können. Okay, dann gehabet euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.